Apropos vernünftige Alternative, wir sollten anfangen mit einer vernünftigen Alternative und zwar mit diesem Video von Simplicissimus, damit will ich jetzt anfangen. Der gefährlichste YouTube-Kanal Deutschlands. Herzlich willkommen bei Julian Reichelt, es ist Donnerstag und er ist wieder da. Er ist tatsächlich wieder da. 2001. Nee, er ist zum Glück nicht wieder da. Noch nicht. 21 ist Julian Reichelt als Chefredakteur bei der Bild-Zeitung rausgeflogen. Jetzt baut er sich sein eigenes Medienimperium auf. Studio, eigene Redaktion, viele Mitarbeiter mit fragwürdigem Hintergrund, mehrere YouTube-Kanäle, hunderttausende Klicks auf seine Videos. Das benötigte Budget muss in die Millionen gehen. Woher kommt das Geld? Die finanzielle Situation dieser Unternehmung ist vertraulich, daran werde ich mich halten. Sass. Welche Interessen stecken dahinter und was will Reichelt... Meine Pronomen sind by the way, Digga, ey, ey, überleg mal, mein Lieber. Wir sollten uns nicht über Pronomen lustig machen. Also dieses, meine Pronomen sind eure Majestät und so, das ist nichts anderes unterm Strich, als sich über die Leute lustig machen, die darauf angewiesen sind, Pronomen irgendwo hinzuschreiben. Und um vernünftig angesprochen zu werden und nicht gemissgender zu werden. Deswegen ist es bei Pronomen super wichtig, da stets seriös zu bleiben. Wir sollten uns auf gar keinen Fall irgendwann mal über Pronomen lustig machen. Das ist ein absolutes No-Go. Wer sich selber solche Spaßpronomen gibt, eure Majestät oder ey, Digga oder so, lass das einfach sein. Das können wir irgendwann in 25 Jahren machen, sofern es dann diesen Planeten noch in der Form gibt, die wir derzeit haben. Wenn das etabliert ist, dann können wir anfangen, da Witze drüber zu machen. Aber derzeit ist es einfach nur ein bisschen wack. Ich würde es nicht respektlos nennen, das kommt immer auf die Person an, die es macht. Es gibt Leute, die machen das aus einer Respektlosigkeit heraus, aber da würde ich jetzt dermavog nicht dazu zählen. Das ist Quatsch und ein dummer Gedanke gewesen, der nicht zu Ende gebracht worden ist. Deswegen, seriöse Pronomen bitte benutzen, solange wie Menschen immer noch darauf angewiesen sind, Pronomen zu verwenden und anzugeben, um nicht gemissgender zu werden. Das ist cool. Und packt eure Pronomen in alle Social Media und in alle Social Media Plattformen, Instagram, Twitter, was es da alles gibt. Bei Discord gibt es Pronomen überall. Überall Pronomen hinpacken. Ey, Blattnor, du sollst schlafen gehen. Um 4 Uhr musst du raus. Du musst um 4 Uhr raus. Diskussion. Von daher finde ich den Weg gut, den du gehst mit der Diskussion. Der Punkt ist der, dass in einem Gespräch beide Seiten das Gesicht wahren können. Wenn der Link... Nee, nee, nee. Absolut nicht. Also wenn ich mit Nazis hier über Nazi-Scheiße diskutiere, dann ficke ich die wie ein Staffelläufer. Da geht es nicht mit. Da gibt es kein Gesicht wahren. Die werden... Ja, das wird... Wirklich. Wenn der Linke gewinnt und der Konservative sein Gesicht verliert, ist die AfD im Einwähler stärker. Jetzt gehe ich kochen und mit der Freundin einen Film gucken. Ob schon ich beleidigt worden bin. Alter, hör auf, so eine hochgestochene Sprache zu verwenden, wenn du nicht mal das, das hinbekommst. Das ist ja peinlich. Immer dieses Pseudo-Intellektuell wirken, weil man Wörter verwendet, die man selber nicht kennt. Mit dieser ganzen Operation erreichen. Das ist Boulevard, das ist Populismus. Macht Reichelt jetzt Verschwörungstv, Fox News für Arme? Und was hat das alles mit der neuen Plattform News zu tun? Die Spuren hinter Reichels neuem Imperium führen zu Autokraten. Dieser Schwachsinn. Wenn der Rechte in einer Diskussion gegen den Linken verliert, hat die AfD einen Wähler mehr. Ne, der hat auch vorher schon eine AfD gewählt. Es... Was... Man, dieses doofe Gelaber. Antifaschisten sind dafür verantwortlich, dass es Faschisten gibt. Wie stellen sich die Menschen das vor? Dass irgendwann mal in einem verfickten Dorf jemand rumgelaufen ist und sich gedacht hat, Mensch, hier gibt's ja relativ wenig Fremdenfeindlichkeit, da werde ich mal Antifaschist, dass hier wenigstens ein paar Nazis mal hinkommen. Wie stellen sie sich das vor, Mann? Komplett, komplett. Einem dubiosen Milliardär und letztlich zur CDU. Wir haben monatelang an diesem Video gearbeitet und uns tagelang durch etliche Reichelt-Videos gekämpft. Die Zeit kriegen wir nicht zurück. Und wir konnten sie uns nur dank unserer Sponsoren nehmen. Dieses Video wurde von Anyfin gesponsert. Heute kann man bei fast jedem Online-Shop seine Käufe in Raten abstottern. Die Käufer wissen häufig nicht, dass sie damit einen Kreditvertrag mit hohen Zinsen eingehen. Solche Einkäufe sollte man sich im Vorhinein immer extrem gut überlegen, damit man nicht in die Schuldenfalle gerät und den Überblick über die eigenen Finanzen behält. Wenn ihr trotz der Risiken einen solchen Kauf getätigt habt, ist aber nicht gleich alles verloren. Anyfin kann prüfen, ob die Bedingungen und Zinsen deiner bestehenden Kredite- oder Ratenkäufe fair sind. Wenn ihr Geld sparen könnt, kriegt... Am liebsten sind mir immer die Nichtwähler, welche drohen die AfD zu wählen, um mal für einen Umdenken zu sorgen. Es gibt keine Protestwähler. Es gibt keine Protestwähler. Dieser Protestwahl-Mythos ist völliger Schwachsinn. Die Leute, die angeben, aus Protest AfD zu wählen, sind Menschen, die fremdenfeindliche Einstellungen haben, die rechtsextreme Weltbilder vertreten. Das sind einfach nur dumme Ausreden. Dumme Ausreden in einer Zeit, wo man eben nicht offen auf der Straße Hitlergruß zeigen kann. Also wir sind auf dem besten Weg, dass das demnächst wieder geht, aber das sind einfach nur blöde Ausreden. Blöde Ausreden von Faschos. Meine, was ist denn das überhaupt für ein dummes Gelaber? Macht, was die AfD will, ansonsten wähle ich die AfD. Willst du mich verarschen oder was? Es gibt dir ein günstigeres Angebot zugesendet. Die Anfrage ist kostenlos und unverbindlich. Mit der neuen Funktion Meine Kredite erhältst du außerdem einen Überblick all deiner Kredite und Darlehen. Wenn ihr Anyfin mal ausprobieren wollt, scannt einfach den QR-Code oder klickt auf den Link in der Beschreibung. Neben den gesparten Zinsen erhaltet ihr mit dem Code SIMPLY 20 Euro Abzug auf eure erste Ratenzahlung. Es ist eine Geschichte, um die sich eine Boulevardzeitung wie die Bild normalerweise reißen würde. Ginge es nicht um den eigenen Chefredakteur. Eine Geschichte um Sex, um Lügen. Inwiefern sollte es die nicht geben? Guck mal, dieses absolute Ausschließen, dass es die gar nicht gibt, das will ich ja gar nicht sagen. Mit Sicherheit wird es einen geben, der aus Protest die AfD wählt. Und das mögen auch einige mehr sein. Aber die breite Masse an Menschen, die AfD wählen und angeben, das aus Protest zu tun, verinnerlichen ein fremdenfeindliches Weltbild. Die leugnen den Klimawandel, die finden die Grünen scheiße, die finden Ausländer scheiße und und und. Um Macht und um viel Geld und nicht zuletzt um den Wert einer freien Presse. Julian Reichelt soll bei Bild seine Macht missbraucht haben, berufliche und private Beziehungen zu Mitarbeiterinnen vermischt und Abhängigkeitsverhältnisse ausgenutzt haben. Diese Vorwürfe stehen. Die überhaupt, dass Leute angeben, aus Protesten eine Nazipartei zu wählen, ist ja eigentlich ein Zeichen von einer funktionierenden Gesellschaft, die immer weiter zusammenbricht, zumindest was Antifaschismus angeht. So, wir hatten, glaube ich, 2010 bis 2020 eine relativ gute Zeit, was Antifaschismus angeht. So, Faschisten haben sich nicht sicher gefühlt, Faschisten haben sich zurückgehalten, die wurden gesellschaftlich geächtet und mussten irgendwie ihre Fratze zumindest hinter einer Maske verstecken. Und daher kommt das ja, daher rührt das ja, dass die Leute gesagt haben, nee, 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 also rechts bin ich nicht, wenn überhaupt, dann wähle ich die aus Protest. So, daher kommt das. So, mittlerweile normalisieren sich fremdenfeindliche und rechtsextremistische Gedanken ja wieder. Das wird salonfähig. Ja, und deswegen geht auch die Anzahl der Protestwähler runter, weil die merken, dass die gar nicht mehr angeben müssen, die brauchen gar keine Ausreden mehr, die AfD zu wählen, weil es so viele machen. So viele Leute laufen rum und sagen Ausländer raus oder kriminelle Ausländer raus, ich wähle die AfD, das sind die Einzigen, die was machen. Und dann klatschen die alle. Ja, vor allem in der DDR hat man Faschos einfach weggeschwiegen. War ein riesiger Fehler, wie sich jetzt zeigt. Die haben die nicht weggeschwiegen, die haben die weggesperrt. Also die DDR bei Entnazifizierung als Negativbeispiel zu zeigen, ist wirklich an Hohn und Spott nicht zu übertreffen. Die DDR hatte die effizienteste und beste Entnazifizierung von, von, also, da können sich, wenn die BRD nur ein bisschen dieser Entnazifizierung der DDR gemacht hätte aus den eigenen Reihen, dann für den Großteil der Nazis, die dann aus BRD-Ämtern geflogen sind, ist die DDR verantwortlich gewesen. Deutschen Journalisten zugespielt worden, die mit zahlreichen Frauen gesprochen haben, die mit Reichelt zu tun hatten. Einen Tag später ist Julian Reichelt als Chefredakteur bei der BILD offiziell raus. Lol, was du laberst. Auf dem Bau wurde immer noch fleißig auf den Geburtstag des Führers angestoßen. Es ist auch immer wieder, das ist immer, du kannst einfach nichts machen gegen die anekdotische Evidenz des Bauarbeiters aus der DDR. Der weiß einfach, wie es läuft. Du kannst mir gar nichts erzählen. Ich war da. Ich habe das gesehen in Bautzen. Er, einfach schachmatt gesetzt. Bestreitet bis heute solche Vorwürfe. Er hat auf jeden Fall die Fäden gezogen und er war in der mächtigeren Position. Er musste ja irgendwie mitmachen, um weiterzukommen und es ist wahrscheinlich schon eine Art Spiel, was man spielt, aber er ist natürlich der König in diesem Spiel. Wir können euch an dieser Stelle den Spotify-Podcast Boys Club empfehlen, der das Machtsystem bei BILD und dem dahinterstehenden Axel Springer Verlag eindrucksvoll aufschlüsselt. Siehe auch unser Video zu den geleakten Nachrichten von Springer-Chef Matthias Döpfner. Die Beziehung zwischen ihm und Reichelt war ziemlich spicy. Döpfner soll Reichelt zum Beispiel angewiesen haben, zur letzten Bundestagswahl die FDP zu pushen. Als Reichelt rausfliegt, wird es einige Wochen lang ruhig um ihn. Doch hinter den Kulissen plant er längst sein Comeback. Die Tatsache, dass es das gab, ist ja nicht das Problem, sondern die Aussage der Regierung, dass es keine Nazis in der DDR mehr gäbe. Damit hat man dann einfach aufgehört, was dagegen zu machen. Bruder, du redest halt wirklich Stuss. Du redest wirklich Stuss. Man kann der DDR-Regierung echt eine ganze Menge vorlegen. Man kann denen wirklich sehr viel vorwerfen. Sehr, sehr viel. Die DDR war ein Unrechtsstaat. Aber Entnazifizierung haben die sehr viel besser gemacht und sehr viel konsequenter als die BRD. Sehr viel. Sehr, sehr viel. Am 28. März 2022 gründet Julian Reichelt die Rome-Medien GmbH als alleiniger Geschäftsführer. Zwei Wochen später kommt das erste Video. Herzlich willkommen bei Julian Reichelt. Es ist Freitag und die Impfpflicht ist krachend gescheitert. Das sollte eigentlich ein Grund zu feiern sein, ist es aber nicht. Geplant hatte die Amperegierung nicht weniger als den größten politischen Wortbruch in der Geschichte der Bundesrepublik. Gut 20 Videos und zweieinhalb Monate später verschwindet der Wohnzimmer-Greenscreen-Look, die Brusthaare werden eingepackt und ab dem 5. Juli wird es auf einen Schlag professionell. Der Sound und das Licht ist besser. Es gibt Animationen im Hintergrund und Bauchbinden. Die Thumbnails sind wohl von seinem Ex-Arbeitgeber inspiriert. Reichelt baut eine eigene Redaktion auf. Ein wahres Dream-Team. Einige Mitarbeiter kommen, wie er, von der BILD. Zum Beispiel Ex-BILD-Parlamentsreporter Ralf Schuler, der bei Reichelt einen eigenen Interviewkanal bekommt. Schuler fragen, was ist. Bei der BILD wollte er nicht weiter unter dieser Flagge arbeiten. Auch Judith Basart ist bei BILD raus, weil die Zeitung vor der Vogue-Bewegung eingeknickt sei. Dazu kommt Sebastian Vorbach. Er moderiert bei Reichelt ebenfalls einen eigenen Kanal. Liegt das daran, dass die Leute in Thüringen so gerne AfD wählen? Die Leute aus den alten Bundesländern sind resilienter gegen AfD-Polge. Der Mann, der Thüringer, der ist von Geburt einfach auch sehr viel rechter. Letzte Woche hat man da noch Köpfe vermessen. Hat sich mal die Zähne ein bisschen genauer angeschaut. Und dann herausgefunden, dass der Thüringer an sich ganz gerne die AfD wählt. Es ist Freitag. Ja, es ist Freitag. Politopia streamt gerade nicht. Da sind die ganzen... Da kommen die Leute und jonglieren. Bitte nicht in den Sarkasmus flüchten. Ich flüchte nicht in den Sarkasmus, du Trottel. Ich bin davon ausgegangen, dass du in den Sarkasmus flüchtest. Wenn du mir erzählst, dass die Leute aus den alten Bundesländern resilienter gegen AfD-Parolen sind. Was ist denn das für ein beschissener Unsinn, den du alle arberst? Erstens ist Thüringen auch das einzige Land mit einem linken Ministerpräsidenten. Und die Linke war bislang immer die stärkste Partei in Thüringen. Also warum wird der Fokus auf die AfD gelenkt? Und zweitens, ganz, ganz viele Leute aus den alten Bundesländern sind schon seit den 90er Jahren in den Osten ausgewandert, weil das eine Region ist, die nach... Treuhand sollte dir was sagen. So die Verarschung der DDR bei der Zusammenlegung. Die Vernachlässigung der Leute nicht nur infrastrukturell, sondern auch gesellschaftlich. Sozioökonomisch keine Chance. Keine Chance in Gleichheit. Keine Ungerechtigkeit. Keine Gerechtigkeit. Kein gar nichts. Du hast Leute, die die einzige Möglichkeit für ein gutes Leben in dem Wegziehen aus DDR-Gebieten sind. Das ist ein Braindrain, den wir in Ostdeutschland schon seit den 90er Jahren nicht nur beobachten, sondern fördern. So und dann hast du noch Nazis, die versuchen ihre verdammten Strukturen im Osten aufzubauen. Und dazu kommt dann auch noch das Versagen von Linksparteien, da in diesen Bereichen tätig zu werden. Die Linkspartei hat vor der letzten Wahl einfach aufgehört, im Osten aktiv zu sein. Währenddessen hat die AfD erkannt, dass es eine ganz gute und effiziente Strategie sein könnte, da ihre Strukturen ebenfalls im Osten aufzubauen. Und jetzt willst du mir erzählen, dass der Thüringer dafür verantwortlich oder so, weil der Thüringer Würste ist oder wie. Dass die in Bautzen alle recht sind, weil da der Senf schief läuft oder was. Was laberst du, Junge? Du musst dir doch mal die sozioökonomischen Faktoren anschauen im Osten. Und dann dir auch mal eingestehen, dass diese westdeutsche Arroganz, sich einfach nur mit dem Finger dahin zu stellen und zu sagen, naja, die im Osten, die sind halt alle rechts, dass das ein bisschen zu kurz gedacht ist. Stimmt der Nachrichtentalk. Bei BILD TV war Vorbach zuletzt für die Talksendung Viertel nach Acht zuständig. Viertel nach Acht hat Reichelt erfunden und die Parallelen zu Stimmt sind und, naja, kaum zu leugnen. Andere kommen von der Welt oder Lokalzeitungen. Jan Karon war unter anderem für Weiß und den RBB aktiv. Nach diesem Tweet im Herbst letztes Jahr war er beim RBB raus. Er wurde sogar aus einer Doku geschnitten, die er moderiert hat. Bei Reichelt leitet er jetzt die Reportereinheit und beschreibt seine neue Redaktion in einem Interview so. Es sind Leute, die mit der Migrationskrise nicht einverstanden waren. Es sind Leute, die mit der Corona-Politik gebrochen haben. Die Backgrounds sind verschiedener, aber es ist keine rechte Kampftruppe und es ist auch irgendwie kein... Eine Sache will ich jetzt noch sagen, ne? Für meine ganzen stabilen Genossen aus Ostdeutschland. Wenn es Bundesländer gibt, an denen wir uns noch mehrere Scheiben abschneiden müssen, was Antifaschismus angeht, dann sind das die neuen Bundesländer. In der verfickten, im verfickten Ostdeutschland können wir uns, was antifaschistische Arbeit angeht, zwei, drei Scheiben abschneiden. Das ist großartig, was ihr macht, schon seit Jahrzehnten. Es ist traurig, dass ihr dazu gezwungen seid, aber ihr wisst, was antifaschistische Arbeit und was antifaschistischer Kampf ist, weil ihr lebt mit dieser verfickten Bedrohung jeden einzelnen Tag und das ist kein hausgemachtes Problem, das ist ein importiertes Problem. Du liest nicht, was ich sage, habe ich den Eindruck. Nicht der Thüringer ist daran schuld, sondern das Vorgängersystem. Ich bin am Ende meiner Weisheit ange... Ich bin am Ende meiner Weisheit... Kannst du mir jetzt noch erklären, warum... Wie die DDR dafür verantwortlich ist, dass die... Dass der Nazi-Kies aus Dortmund nach Ostdeutschland gezogen ist? Kannst du mir erklären, was die DDR damit zu tun hat, dass die ganzen führenden Rechtsextremisten-Köpfe in Ostdeutschland, die da alle Fäden ziehen, aus Westdeutschland kommen, die haben mit der DDR nichts zu tun gehabt, die kommen aus Westdeutschland und bauen rechtsextremistische Strukturen seit den 90ern in Ostdeutschland auf? Kannst du mir erklären, was das mit der DDR zu tun hat? Ich habe es versucht, dir zu erklären, einfach nochmal den... Weißt du was? Ich permabanne dich hier einfach, weil ich wirklich... Ich will jetzt nicht ableistisch klingen, aber ich kann mit deiner Dummheit nicht leben. Treff von... Also Leute denken dann ja wirklich irgendwie, da sitzen Neonazis und das Gegenteil ist wirklich wahr, das kann ich hier sagen. Zum Start kommen auf jeden Fall einige aus Reichels Team von rechtspopulistischen Meinungsportalen wie Achse des Guten oder Tichys Einblick. Von Tichys Jugendmagazin Apollo News wurde wohl nahezu das gesamte Team zu Reichelt-Autoren. Bei diesen Seiten hat das System unbelegte, irreführende und auch... Also der gehört übrigens auch in die Kategorie der Leute, die sich dann wieder bei irgendwelchen Verschwörungstrotteln hinsetzen und sagen, ich wurde bei Dekalent PERMA gebannt und dann... Und ich war links und jetzt wähle ich aber die AfD deshalb. Ja genau, deswegen wählst du jetzt die AfD. Richtig. Absolut richtig. Aus dem Zusammenhang gerissene Informationen zu teilen. Häufig zu Themen wie dem Klimawandel, Migration und in den letzten Jahren Corona. Achse des Guten landet in einem Ranking der einflussreichsten deutschen Desinformationszeiten auf Platz 3, direkt hinter RT Deutsch. Von diesen Autoren alternativer Medien sind heute anscheinend... Und dann erzählt man denen, dass sogar Höcke aus Westdeutschland kommt, ne? Und dann gucken die da. Was? Moment mal. Wenig übrig. Weiter im Team ist Annabelle Schunke. Neben Tichys Einblick und Achse... Ach Karl, wieso bist du nur so engstirnig? Ich drücke... Das ist eine One-Man-Talkshow, ein Kanal, der keinen Journalismus betreibt, sondern eher auf Krawalljournalismus setzt. Also Reichelt arbeitet so, dass er eine empirische Tatsache, eine Tatsachenbehauptung, die durchaus stimmt, grenzenlos in die Länge zieht und dabei mit populistischer Agitation verknüpft. Das heißt, normalerweise lügt er nicht. Also er macht nicht das, was wir aus verschwörungstheoretischen Medien kennen. Markus Linden ist Politik... Dieses dumme Gelaber, dass wir uns nicht hinstellen und klar benennen, dass die lügen. Natürlich lügen die. Warum lügen die? Weil Demagogen wie Julian Reichelt nur eins machen. Die erzählen von einem Problem, dann negieren die einige Lösungen und dann lassen die noch eine einzige zu. Und das ist in den meisten Fällen Fremdenfeindlichkeit. Die stellen sich hin und sagen, naja, also daran liegt's nicht und daran liegt's nicht und daran liegt's nicht. Woran soll's denn liegen? Und dann ist der blöde, bescheuerte Zuschauer sitzt da und denkt, ja genau, das denke ich mir auch. Das ist doch gelogen. Das sind Lügen. Wenn ich mich hinstelle und systematisch ausschließe, woran es tatsächlich liegt, wenn ich Sozioökonomie komplett rauslasse aus diesem ganzen Unsinn, alleine die, alleine dieser Axel Springer, Julian, also Julian Reichelt und Axel Springer, die geben sich da ja nichts, ne. Julian Reichelt, Julian Reichelt ist ja, ist ja, ist ja Axel Springer auf Testosteron einfach nochmal. Da ist ja einfach nochmal, das was Axel Springer macht, das ist da einfach nochmal, nochmal in oben drauf gepackt. Was die machen, ist ja nix anderes als Lügen. So, die, 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 die stellen sich hin und berichten alle zwei Tage davon, dass in deutschen Schwimmbädern Ausländer Menschen angreifen. Ja, was glaubst du denn, was in der Bevölkerung dann passiert? Glaubst du, irgendjemand in der Bevölkerung schaut sich dann die Gewaltstatistiken an und realisiert, ja Mensch, also das sind ja gar nicht mehr Gewaltstraftaten als in den vergangenen Jahrzehnten. Das sind ja sogar weniger. Nee, machen die nicht. Die stellen sich hin und sagen, aha, in deutschen Schwimmbädern ist man schon gar nicht mehr sicher. Die juckt das doch nicht und das ist doch gelogen. Natürlich ist es glaube ich, wenn du dich als Politikwissenschaftler dahin stellst oder oder so und du sagst dann so, naja, also es ist ja nicht gelogen, sich hinzustellen und zu sagen, dass dort diese Straftaten begangen worden sind. Das ist ja tatsächlich passiert. Aber das Framing, die Dichte dieser Berichterstattungen, so das geht doch alles eindeutig in eine Richtung und das ist gelogen. So das gesamte Konzept, so dieses Bild, das man zeichnen möchte, das ist gelogen. Wenn ich mich hinstelle und die Regierung dafür verantwortlich mache, dass ein Krieg in der Ukraine tobt, weil Russland angreift und dass es Corona gab und gibt, so was ist denn, das ist natürlich, ist das gelogen. Wenn ich doch all die, guck mal, alleine dieses Inflationsgelaber. Die Leute stellen sich hin und wenn du die bürgerliche Mitte fragst, woran liegt denn das mit der Inflation? Was ist denn da jetzt passiert? Warum ist denn das teurer geworden? Was sind denn dann die Antworten? Heizungsgesetz und Migration. Migration und Heizungsgesetz hat absolut gar nichts mit der Inflation zu tun. Fucking überhaupt nichts. Ja, Prof, dann hast du halt noch die Gehirn-Jongleure da rumsitzen, die dann sagen, naja, der Habeck ist daran schuld und die Baerbock. Ja. Natürlich ist das gelogen. Selbstverständlich ist das gelogen. Reichelt hat laut ihm immer das gleiche Vorgehen. Also eine Sache wird nie von zwei Seiten betrachtet. Eine Sache wird immer skandalisiert und immer wird ein Feindbild produziert. Und dieses Feindbild, das sind die Herrschenden, in Anführungszeichen, und diese herrschende Elite wird immer in Verbindung gebracht mit der Partei Die Grünen, die als Hassobjekt fungiert. Die Grüne Partei verwandelt unser Land in eine wirtschaftliche Wüste ihres ideologischen Wahnsinns. Wir sind in die Hände von Verrückten geraten. Bei Emilia Fester und der Grünen Partei haben wir es mit einer größenwahnsinnigen Machtelite zu tun, die nicht regieren, sondern herrschen will über uns. Sie blicken auf uns als Untertan. Erinnern Sie sich noch an diese Werbung? Fleisch ist ein Stück Lebenskraft. Aber für die grünen Soja-Fetischisten ist diese Werbung kurz vor folgendem. Ich bin übrigens Soja-Fetischist. Ne? Rücksverhetzung. Reichelt emotionalisiert und skandalisiert. Er lügt zwar nicht offensichtlich, lässt aber gerne mal Details weg und sowieso sind an allem die Eliten die Grünen schuld. Aber natürlich, das ist doch, ich weiß ja nicht, ob es, ich weiß nicht, ob es, I don't really know, ob es von der reinen Begrifflichkeit gelogen ist, aber so von, ich kann mich nicht, ich kann, ich, natürlich ist das ein Lügner. Selbstverständlich ist das ein Lügner. So, wenn ich doch den Großteil einfach weglasse und versuche einfach nur mit populistischen Schlagzeilen zu provozieren und eine echauffierte Gesellschaft herbeizuführen. Ja, wenn ich ein Demagoge bin, der sich hinstellt und versucht, ein faschistisches Feindbild zu zeichnen, in dem Fall jetzt die Grünen. Natürlich ist das gelogen. Selbstverständlich. Seine sonstigen Lieblingsthemen lassen sich schon am Intro ablesen. Und ich hasse es, dass ich hier jetzt wieder anfange, die Grünen zu verteidigen, weil die sollen sich bitte ficken mit ihren verfickten ausländerfeindlichen Gesetzen, die die jetzt anfangen durchzudrücken, wenn auch mit Bauchschmerzen. Aber die sollen sich bitte ficken. Wir sind das Volk springt sofort ins Auge. Spätestens seit Pegida wird diese Parole immer wieder von rechten Bewegungen vereinnahmt, Elotricks hat das Video auch geschaut und hat mich ziemlich negativ überrascht, ich dachte, Elotricks wäre base, aber der hatte so krumm, ja, natürlich, na klar, sicher, ja. Das tut mir sehr leid für dich, dass dein Bild jetzt zerrüttelt wird. Auch von der AfD. Dann viel Schwarz-Rot-Gold, Schals-Deutschland-Flaggen, offensichtlich Fußballfans. Reichelt baut keinen Sportsender auf, hier geht es um Deutschland, um Patriotismus. Dann noch Kinder, Frauen, Männer vor einem idyllischen Dorf mit Kirchturm. Man erkennt, einige Frauen mit Kopftüchern, vermutlich sollen es Geflüchtete sein. Aber bestimmt nicht, weil Reichelt Refugees so gern willkommen heißt. Deutschland sollte eines der attraktivsten Länder der Welt sein für fleißige, extrem begabte, extrem qualifizierte Menschen. Tatsächlich aber sind wir das attraktivste Land der Welt für sehr faule, komplett unqualifizierte Menschen, für Menschen ohne jegliche Bildung. Der Sehnsucht, man muss es nur sagen, für Analphabeten. Der Tag, an dem eine grüne Voodoo-Ideologie von Wind und Sonne, die Sonne steht keine Rechnung, über Vernunft, Ingenieurskunst und über Lebensinstinkt unseres Landes siegt. Wenn Sie wollen, dass Ihr Land bleibt, wie es ist, oder vielleicht sogar wieder wird, wie es mal war, dann sind Sie ein Rassist. Mein Name ist übrigens Julian Reichelt, meine Pronomen sind I, She, Ed. Reichelt zielt damit auf ein Publikum, das man kennt, zum Beispiel. Ich hoffe, dass die Person, die sich jetzt gerade über Pronomen lustig gemacht hat, sich jetzt mal so richtig schämt. Ist jetzt Elotricks auch rechts? Ey, Rockdude86, ich habe keine Ahnung. Also erstmal hoffe ich nicht, dass du 1986 geboren bist. Weil wenn du dich wirklich mit 37, 36, 37 Jahren hier hinstellst und Elotricks verteidigst, dann hast du, dann bist du irgendwo in deinem Leben mehrfach falsch abgebogen. Das ist das Erste, was ich dir mit auf den Weg geben möchte. Und das Zweite ist, hör doch auf, dir hier irgend so eine Zwangsempörung immer auf dein Schild zu schreiben. Erst kommst du und sagst, kannst du mir mal einen vernünftigen Grund nennen, warum kriminelle Ausländer nicht abgeschoben werden sollten? Und jetzt, und das hat niemand gesagt, dass Elotricks recht ist, kommst du, ist Elotricks jetzt auch rechts für dich oder was? Na, das ist ja immer das Gleiche bei euch. Mach doch einfach deinen Kopf zu, Junge. Schäm dich doch mal ein bisschen dafür, dass du 1986 geboren bist und hier immer noch rumpimmelst und Ficker wie Elotricks verteidigst. Diesen Planeten einfach dümmer machen. Die machen doch nichts anderes als die Jugend dümmer. Elotricks ist doch nichts anderes als eine Verdummungsmaschine. Der sitzt da und macht Menschen dümmer. Was ist das Publikum der Bild-Zeitung, also ein völlig normales, vielleicht populismusaffines Publikum, eher konservativer Natur, reichelt möchte, aber auch ideologisch gesinnte Menschen oder ideologisch gefestigtere Menschen aus der neuen Rechten oder die dem Rechtsextremismus vielleicht zugeneigt sind, erreichen. Das heißt, mit seinem Programm stellt er so eine Art Scharnier dar zwischen dem klassischen Konservatismus und der neuen Rechten und dem Rechtspopulismus beziehungsweise Rechtsextremismus. Ein Scharnier verbindet etwas. In diesem Fall konservative Positionen mit Braun... Ich meine, und vielleicht dazu noch, ich hab nix dagegen, wenn Leute wie Elotricks eben keinen Mehrwert bieten für irgendwas. Im schlimmsten Fall ist der Mehrwert dann Entertainment. Und wenn der ungefährlich ist und unbedenklich, dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Wenn die sich hinstellen und irgendwie über ApoRed reden, dann ist das auch in Ordnung. Und wenn die FIFA spielen, dann soll mir das auch egal sein. Oder wenn die Call of Duty spielen oder sonst irgendwas. Das wäre mir alles scheißegal. Aber die sollen doch bitte die Fresse halten, wenn es um solche Themen geht. Oder? Die stellen sich dann dahin und dann hörst du dich in dieser Just Chatting-Hölle, stellen die sich dann dahin und erzählen dir was von der letzten Generation. Ja, also ich würde auch... Also ich denke, dass diese Leute von der letzten... Gut, dass die dann auch endlich mal durchgegriffen haben von der Polizei. Und auch, dass die Polizei dann auch mal dafür sorgt, dass die Leute auch mal acht Monate in... Nein, die Polizei sorgt nicht dafür. Erstens ist die Polizei die Exekutivgewalt und überhaupt gleich dafür verantwortlich, dass irgendjemand weggesperrt wird. Die führen gerecht und gesetzt aus, aber die sorgen nicht dafür, dass es gesprochen wird. Und auf der zweiten Seite halt doch einfach bitte dein undefünsteltes Maul, ey, wirklich. Sonnenposition von ganz rechts außen. Sie soll näher zusammenrücken. Reichelt macht das sehr kalkuliert. Also dieses... Ey, danke dir für 33 Millionen erzielen. Das Portal ist nicht als journalistisches Portal zu verstehen, sondern als das Portal eines Aktivisten, der seine konservativ-rechtspopulistische Gesinnung unter die Bevölkerung bringen möchte und damit sozusagen auch den Diskursraum beeinflussen möchte. Gesinnungen und Ideologien sind dabei vor allem Dinge, die Reichelt gerne bei anderen kritisiert. Grüne und große Teile der SPD sind Ideologen. Das wissen wir. Ihr politischer Kurs hat verheerende Folgen für unser Land. Die Wärmewende ist auf Lügen gebaut. Lügen sind die Argumente der Ideologen. Unsere Sprache ist einem historischen Angriff skrupelloser, machtbesessener Ideologen ausgeliefert. Sie sitzen in allen Institutionen, in der Regierung, in Behörden, an Gerichten, in den Medien. Welche extremen Gesinnungen es bei Achtung Reichelt gibt, lässt sich an regelmäßigen Gästen beobachten. Reichelt selbst hält sich mit bestimmten Aussagen zurück, womöglich um nicht als Schwurbler zu gelten. Diese Grenzen überschreiten andere für ihn. Eva Fladinger-Brook ist Niederländerin und rechte Meinungsinfluencerin. Eliten und Globalisten gehören zu ihren Lieblingsfeinden. Ich lasse mich nicht manipulieren von diesen Globalisten, die eine sehr schlimme Agenda haben und dass ich dagegen... Drei Sekunden bis zum ersten antisemitischen Talkwurstel. Sehr gut. Die Leute, die das nicht wissen, Globalisten, was sie damit meint, Juden. Lügen wird es eine ganz normale Sache. Gloria von Ton und Haxes kennt ihr vielleicht von diesem Clip aus den 2000ern. Nein, Afrika hat Probleme nicht wegen der Verhütung. Da sterben die Leute an Aids, weil sie zu viel schnachseln. Der Schwarze schnachselt gerne. Sie ist klassisch Boulevard. Z-Kommifürstin ist gelegentlich auch bei der BILD und dort... Übrigens, in wirtschaftlich nicht so profitablen Regionen schnachselt man einfach ein bisschen mehr, weil Kinder dort Altersvorsorge bedeutet. Wenn ihr euch anschauen wollt, dass das direkt miteinander zusammenhängt, dann schaut euch Länder wie Japan an. Das kann man auch in jedem anderen Land beobachten, aber wenn der Wohlstand, also nicht der Wohlstand im Sinne von Firmenkapital, sondern wenn es den Leuten besser geht, wenn Gesundheitsversorgung da ist, wenn Bildung nach oben geht, wenn die Leute nicht mehr verhungern, wenn die Leute behandelt werden können, wenn sie mal eine Paracetamol bekommen, wenn sie ein bisschen Kopfschmerzen haben, wenn all das passiert, wenn die Leute also, wenn die Leute die Grundbedürfnisse befriedigt bekommen, dann geht die Geburtenrate runter. In Japan ist das innerhalb weniger Jahre passiert. Da ist von sieben Kindern pro Familie runter auf eins Komma. Aber sofort. Wird ihr sogar manchmal widersprochen. Yay. Ja, und warum ist das in Afrika nicht so? Weil Afrika der Kontinent ist, der seit, seit es ihn gibt und seit er entdeckt worden ist von weichen Wichsern, äh, wurde er, wurde er ausgebeutet. Tauchen seit Juli letztes Jahr bei Achtung Reichelt auf. Bei ihm können sie ihre Unwahrheiten ungefiltert raushauen. Er sitzt nur grinsend und nickend daneben. Das war der kälteste Winter in den USA seit 50 Jahren. Klar heißt es jetzt nicht mehr Global Warming, jetzt haben sie es verändert, jetzt heißt es Climate Change. Es ist alles Lug und Trug. Was kommt von Reichelt? Sie als Waldbesitzerin, was können Sie Robert Habeck darüber sagen? Wie viel Wald wir noch haben? Haben wir noch genug Wald in Deutschland oder wird es langsam eng? Laut von Ton und Taxis ist natürlich alles gut. In Brasilien sei der Amazonas auch perfekt geschützt, das sei alles grüne Propaganda. Beides ist brutal verkürzt bis gelogen. Das Waldsterben in Deutschland ist eine harte Realität und im Amazonas werden weiterhin Rekordflächen gerodet. Reichelt ignoriert das völlig und lenkt das Thema auf Habeck und immer so weiter. Eva Fladinger-Brog. Aber warum kriegen die dann in Israel so viele Kinder? Israel hat doch aber als sehr wohlhabendes Land eine hohe Geburtenrate. Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob Israel da ein geeignetes Gegenbeispiel ist. Israel ist ja auch ein Land, das eine ziemlich weitherreichende Geschichte hat. Und ich denke mal, wenn mehrere Nationen versucht haben, dein Volk auszurotten, dann hast du einfach einen ziemlich gesellschaftlichen Drang dazu, dich zu vermehren. Israel gilt als super kinderliebes Land und Israel gilt als Land, das in der Reproduktion des eigenen Volkes immer noch einen sehr hohen gesellschaftlichen Wert hat. Das hat was Selbsterhaltendes bei Israelis. Des Weiteren ist die Geburtenrate nicht mal ansatzweise so hoch wie in wirtschaftlich eher zurückgelassenen und abgehängten Ländern. Ich glaube, es liegt irgendwo bei zwei Komma oder so. Also jede Frau bekommt da zwei Komma Schlag mich tot Kinder. Die ist auch seit Jahren stagniert. Und jetzt kommt der letzte. Ich glaube, Israel ist auch nicht irgendwie ein Land, das irgendwie verschont geblieben ist, was Krieg und andere Sorgen und Nöte angeht. Uck durfte sogar Werbung für einen Dokumentarfilm machen, der nachweislich voller Desinformation ist. Der heißt Died Suddenly. Jetzt kann es noch. Jetzt ist es noch öffentlich da. Ja, aber vielleicht wird es auch wieder zensoriert, wir alles. In dem Film werden Personen gezeigt, die angeblich an ihrer Covid-19-Impfung gestorben sind. Doch viele von ihnen leben in Wahrheit noch oder sind zumindest nicht an der Impfung gestorben. Es geht aber noch weiter. Fladinger Broek bezieht sich bei Reichelt auch einmal auf eine rechtsextreme Kampagne. Ich glaube, dass es vor einigen Jahren in Deutschland schon eine Organisation gab, 120 Dezibel. Es waren alle Frauen, die gesagt haben, es gibt ein Problem, wenn es geht um Einwanderer und die Freiheit von Frauen, die Sicherheit von Frauen. 120 Dezibel war ein Pendant zu MeToo, initiiert allerdings von der rechtsextremen Identitären Bewegung um Martin Sellner. Fladinger Broek bewegt sich offensichtlich in diesen Kreisen. Sie ist mit Brittany Sellner befreundet. Fladinger Broek bedient auch bei Reichelt entsprechende Themen. Wenn man das in Deutschland nicht macht, wenn man nicht einfach jetzt endlich sagt, wir lassen unsere White Guild und das Trauma des Zweiten Weltkriegs los, dann wird in Europa sich nichts ändern. Deutschland wird bald... Gerade als jemand aus den Niederlanden, die Leute zucken doch immer noch zusammen, wenn sie in Rotterdam Stucka-Sounds hören. So, die fucking Nazis haben die Niederlande komplett zerstört. Was stellt sich irgendjemand aus den Niederlanden hin und sagt, naja, wir müssen mal unsere Schuld damals vergessen? Das ist das so fucking ekelhaft. Deutschland nicht mehr sein. Wenn das noch ein, zwei, drei Jahre so weitergeht, sind wir, glaube ich, ganz und gar verloren und dann ist eigentlich, dann wird unsere Identität, unsere Kultur total ausgelöscht. Das sind rechtsextremistische Aussagen. Dankeschön für diese Einordnung. Wir wollen an dieser Stelle kurz festhalten. Achtung, Reichelt ist nicht live. Solche Aussagen könnten Sie jederzeit herausschneiden. Machen Sie aber nicht. Reichelt widerspricht ja auch nicht. Er nickt nur und macht weiter in seinem Skript. Wer solche rechtsextremistischen Aussagen über seinen Sender laufen lässt, macht dies laut Markus Linden mit voller Absicht. Mutmaßlich, um neben Konservativen eben ein noch größeres Publikum noch weiter rechts anzusprechen. Zum Beispiel Fans der AfD. Wenn man sich die Kommentarspalten unter vielen Videos aus den letzten Monaten anschaut, scheint das auch zu klappen. Und das, obwohl die AfD bei Reichelt lange nur eine Randnotiz war. Sie wurde kaum bis gar nicht thematisiert. Doch inzwischen hat sich das geändert. Reichelt hat im Juni sogar eine längere Doku veröffentlicht über das Umfragehoch der AfD. Linden ist diese Umpositionierung ebenfalls aufgefallen. Bei Reichelt stelle ich eine gewisse Nervosität fest. Ich glaube, dass ihm der Erfolg dieses Programms ein bisschen zu wenig ist. Er dachte, das geht eher durch die Decke. Und diese Nervosität zeigt sich daran, dass er die AfD etwas positiver framed mittlerweile. Bei Reichelt war es in der Anfangszeit so, dass er sich immer antitotalitär und antidiktatorisch gab. Rechte Parteien sind, egal in welchen Ländern, alle gleich schlimm. Wie recht sie sich trauen zu sein. Ich glaube, hinter verschlossenen Türen sind die alle ungefähr auf einem Level. Die Gesellschaften in dem jeweiligen Land diktieren, wie viel von dieser Einstellung nach außen gelangt. Und deswegen würde ich sagen, dass in der Kommunikation die SVP derzeit ein bisschen härter ist als die AfD. Aber das, was die SVP in der Schweiz von sich lässt, ist immer noch harmlos verglichen mit dem, was AfDler hinter verschlossener Tür erzählen. Also, was nach außen gelangt, ist immer abhängig von dem, was die Gesellschaft zulässt. Das ist... SVP mit der AfD zu vergleichen, ist absurd. Ne, ist es nicht. Beides rechtsextremistische Parteien in Europa. Die eine in Deutschland, die andere in der Schweiz. Der Umgang mit der AfD und ihren besonders rechten Positionen ist mutmaßlich die größte Gratwanderung für Reichelt. Doch... Auch fickt die FPÖ an der Stelle, ne? Man darf ja den Dachbereich nicht vergehen. Also, Dachbereich sollte schon abgearbeitet werden. Wir sehen uns auf der Straße. Wer könnte Interesse daran haben, dass Reichelt rechte Narrative normalisiert, solche Themen im öffentlichen Diskurs pusht? Auch wenn Julian Reichelt nicht gerne darüber spricht. Die finanzielle Situation dieser Unternehmung ist vertraulich. Daran werde ich mich halten. Wir müssen über die Finanzierung von Roe-Medien und ihren Kanälen sprechen. Die Produktion, das Team, Studio, Technik kosten viel Geld. AdSense dürfte kaum genug Einnahmen einbringen. Dafür hat Reichelt einen milliardenschweren Sponsor für sich gefunden, mit engen Verbindungen zur CDU. Das ist Frank Gotthard. Er lebt in Koblenz und gehört zu den 100 reichsten Deutschen, dank seines Familienvermögens von 2020 geschätzt über 1,4 Milliarden Euro. Er hat die... Ne, warte mal, ich muss da... Da muss ich gerade noch was sagen, ne? Also, Pempo Bär, Entschuldigung ganz kurz. Also, ich finde es schon komisch, dass ein weißer Mann, der privilegiert in seinem Stream sitzt und meine Minderheiten Probleme zu behandeln. For your information, du hast keine Ahnung, lieber den Kopf zuhalten und nichts kommentieren. Bleib bei den Problemen, die dich angehen. Ich habe keine Probleme, wie du weißt, ich bin privilegiert. Weil du uns nur schadest mit dem... Okay, jetzt musst du mir sagen, welcher marginalisierten Gruppe gehörst du denn an? Weil es ist ja auch nicht so, dass ihr eine homogene Masse seid. Da gibt es ja schon einige bedauerlicherweise diskriminierte Teile der Gesellschaft. Da musst du mir jetzt schon eine Zuordnung machen, dass ich dann aufhören kann, für euch zu sprechen. Und dann solltest du mir noch den Personalausweis geben und deinen Ausweis, dass du Repräsentant dieser marginalisierten Gruppe bist und auch für sie sprechen darfst. Indigene Deutsche, wahrscheinlich indigene Deutsche. Aber da bin ich ja selbst auch betroffen. Das ist ja dann sogar nur Own Voice. Sportclub, ein Luxushotel, er hat eine alte Klinik in Venedig gekauft, ein paar regionale Fernsehsender gehören ihm auch. Naja, und er soll Julian Reichels neues Medienimperium bezahlen. Also wir wissen nicht, wer ihm vielleicht noch Geld gibt, aber wir wissen, dass dabei eine ganz große zentrale Rolle Frank Gotthard spielt. Lars Wienand ist Investigativjournalist bei T-Online. Er hat als einer der ersten Verbindungen zwischen Reichelt und Gotthard aufgedeckt. Ich bin mir sehr sicher, dass es Gotthard ist. Es gibt so viele Querverbindungen, Räumlichkeiten, Handelsregister, Markenregistrierungen, die alle dann wieder bei ihm zusammenlaufen, dass ich absolut sicher bin, dass er dabei ist. Es ist Mitte Januar 2022. Ein paar Monate bevor Reichelt seine Firma gründet. Lars bekommt einen Tipp. Reichelt und Gotthard sollen sich in dessen eigenem Nobelrestaurant in Koblenz treffen. Lars setzt sich an dem Tag in das Restaurant. Die Zeit wusste ich nicht. Das heißt, ich habe mir sehr viel Zeit beim Essen gelassen und habe gehofft, dass sie tatsächlich auch kommen. Ja, ich saß dann da und die Zeit verging und dann tatsächlich kam die Gruppe. Hahaha, ist das nicht egal, welcher Minderheit ich angehöre? Nee, gar nicht. Überhaupt nicht. Ich finde das schon wichtig. Also das Ding ist ja, wenn ich nur die Probleme behandeln würde, die mich betreffen, naja, über was spreche ich dann hier? Dass der SC Freiburg verloren hat oder was? Ich weiß es, ich kann es dir nicht erzählen. Und dann ist es doch auch immer Aufgabe der privilegierten Mehrheitsgesellschaft, sich dem Problem diskriminierter anzunehmen, oder? Wenn Mehrheiten nicht anfangen, für Minderheiten zu sprechen, wird sich für Minderheiten nichts ändern. Und für jede Person, die hier reinkommt und sagt, Karl, hör auf, für uns zu sprechen, du laberst nur Unsinn, habe ich mindestens 15 in den Nachrichten, die mir sagen, mach bitte weiter mit dem, was du tust. Ich konzentriere mich auch immer auf die negativen Zurufe von den Trotteln, die irgendwie aus welchen Gründen auch immer nicht wollen, dass ich diese Themen behandle. Aber für jede Person, die sich irgendwie hinstellt und mich verurteilt und mich kritisiert für das, was ich mache, habe ich die 10- bis 20-fache Anzahl der Menschen, die mir erzählen, mach bitte weiter. Also das beeinflusst mich mittlerweile überhaupt nicht. Mich interessiert es nur, weil ich glaube, dass du einfach ein Schwachmat bist, der überhaupt keiner mehr marginalisierten Gruppe angehört und der hier auf Stunk machen möchte. Oder du bist halt irgendwie, keine Ahnung, keine Ahnung. Beschlossen ist dann durch das Restaurant durch, durch so eine Glastür, die sich dann hinter ihnen auch wieder beschlossen hat, mit Milchglas-Scheibe, wo man so nicht so richtig reingucken kann. Was ich dann gemacht habe, ist, ich bin mit Handykamera in der Hand mal auf Toilette gegangen und habe im Vorbeigehen durch die Glastür durch versucht, Aufnahmen zu machen. Die sind nicht so gut geworden. Mit diesem Treffen beginnt Lars Recherche und er findet immer mehr Verbindungen zu Gotthard. Was auch auf eine ganz starke Verbindung hindeutete, ist, dass Julian Reichelt für Unternehmensangelegenheit bei einem Notar in Koblenz war, der in der Koblenzer CDU sehr stark engagiert ist und auch der Notar von Frank Gotthard für dessen Unternehmen ist. Doch Reichelt und Gotthard teilen sich nicht nur den Notar, sondern sogar eine Adresse, die L***straße in Berlin. Also es hat sich dann damals schon rausgestellt, dass Reichelt so Medien in Räumen waren, die der CompuGroup gehören. Das war schon ein starkes Indiz. Gotthards Firma ist also mindestens der Vermieter von Reichelt. Doch offensichtlich ist das nicht die einzige Geschäftsbeziehung. Reichelt verlangt Themenvorschläge von seinen Zuschauern an die Mailadresse www.social-at-views.com. Außerdem, dazu kommen wir später, veröffentlicht er seine Videos seit Juli unter der Marke News. Beides führt zu Gotthard. Es gibt einige Marken wie die News und die Views. Und ich habe im europäischen Markenregister nachgeschaut. Und da findet man dann wieder eine Verbindung zu Gotthards Hotel. Jemand aus dem Hotel ist derjenige, der die Marken registriert hat. Wir könnten nun ewig so weitermachen. Die Verbindungen zwischen Reichelt und Gotthard reißen nicht ab. Sie führen sogar noch weiter. In die CDU. So, bei Herrn Gotthard ist es so, dass er der CDU verbunden ist. Dass er dort im Wirtschaftsrat der CDU Funktion hatte. Heute in Rheinland-Pfalz noch Ehrenvorsitzender ist. Und der Wirtschaftsrat, der ist jetzt eher nicht der linke Flügel der CDU. Und aus der Zeit... Der Hitta, lass doch die Leute hier sprechen. Lass die doch hier labern. Das ist doch sehr witzig, was der da geschrieben hat. Ich möchte das auch vorlesen. Ich denke, vielleicht sollte man das Wort Stolz ersetzen, weil es so negativ behaftet ist. Nennen wir es nationale Identität. Okay, nennen wir es nationale Identität. Dann habe ich an der Stelle eine kurze Unterbrechung für dich. Fick deine nationale Identität. Die ja aus der Geschichte, der Literatur, den Traditionen und dem Essen besteht. Und damit kann ich mich schon identifizieren. Allerdings heißt es nicht, fremdenfeindlich zu sein. Die Nazis haben das etwas falsch verstanden. Der Nationalsozialismus darf sich nicht wiederholen. Gut, dann sind wir uns einig. Aber ich glaube immer noch, nur weil du zufällig aus der Vagina deiner Mutter gestolpert bist und dabei auf deutschem Boden gelandet ist, ist das nichts, worauf man stolz sein sollte. Weil das ist fucking Lotteriespielen. Du hast nichts dafür gemacht, ein Deutscher zu sein. Du hast nichts dafür gemacht, in Deutschland geboren zu sein. Auf sein eigenes Land stolz sein, ist der dummen Stempel für Idioten. Das ist wirklich... Das ist eine Manifestierung eines Menschen, der nichts geleistet hat und der auch nichts leisten möchte, sondern der einfach nur irgendetwas braucht, auf das er stolz sein kann. Also das ist wie Religion. Du musst nichts dafür können. Du musst nur Glück haben. Also keine Ahnung. Das ist der kleinste gemeinsame Nenner und der unwichtigste. Außerdem, wenn es etwas gibt, an dem man eine Nation bewerten sollte, dann ist das nicht die Tradition, die Geschichte und erst recht nicht das Essen. Was ist denn deutsches Essen? Saumagen oder was? Das ist fucking widerlich. Sondern ist es der Umgang mit Menschen in Not. Solidarität und Gesellschaft, gemeinschaftliche Gesellschaft, ist das, was eine Gesellschaft bewerten sollte. Und woran wir uns messen sollten. Und da versagt Deutschland. Auf ganzer Linie. Seitdem ist er auch eng verbunden gewesen mit Michael Fuchs, der in der CDU eine wichtige Rolle spielte. Michael Fuchs war auch im Aufsichtsrat von Gotthards Unternehmen. Im Dezember letzten Jahres ist Michael Fuchs gestorben. Gotthards Firma hat Trauerbekundungen geschickt. Und Julian Reichelt ebenfalls. Reichelt bedankt sich bei Fuchs für die Unterstützung in den letzten Monaten. Hat er vielleicht einen Kontakt zu Gotthard hergestellt? Oder war es doch Gotthards Sohn, wie Medieninsider erfahren haben will? Julian Reichelt wollte uns dazu nichts sagen. Er findet, für seine Firma sei die Finanzierung durch Gotthard egal. Sie können fest davon ausgehen, dass die Dinge, die ich da sage und die sehr viele Menschen sehr gefallen, dass die vollends meiner Überzeugung entsprechen und ich nicht die Marionette von irgendeinem Milliardär bin. Aber ist das so? Gotthard hat kein Interesse daran, selbst in die Politik zu gehen. Er verfolgt laut Wienand wahrscheinlich einen anderen Plan. Ich glaube, es ist eher so, dass er gerne auf Politiker Einfluss nimmt, auf die Art auch denkt, Politik gestalten zu können oder durch seine Unterstützung da vielleicht dann auch mitreden zu können. Dafür benutzt er mutmaßlich Reichelt. Denn das große Geld will Gotthard mit Reichels Angeboten wohl nicht verdienen. Im Umfeld von RoeMedien heißt es, sein Engagement solle viel mehr ideologische Motive haben. Der Unternehmer halte konservativen Journalismus für bedeutend und wolle Reichelt deshalb fördern. Der ... Finde ich auch vernünftig, Brudi. Vielen Dank. Der Mensch, der eben hier reingekommen ist und gesagt hat, hör auf, für uns zu sprechen, das ist wahrscheinlich irgendein rechter Wichser, der auch mitbekommen hat, dass derzeit, also was heißt derzeit, das gesamte Jahr schon irgend so ein verfickter Krieg hier herrscht. Und dass er denkt, damit provozieren zu können, weil ich mir sowas zu Herzen nehme. Aber ich nehme mir das nicht mehr zu Herzen. Wenn ihr Teil einer marginalisierten Gruppe seid und ihr euch von mir Miss- oder Fehlinter repräsentiert fühlt, dann tut mir das sehr leid. Ich versuche wirklich mein Allerbestes hier stellvertretend für Menschen zu sprechen und deren Probleme einer privilegierten Mehrheit zugänglich zu machen. und ich entwickle mich da auch ständig weiter. Vielleicht ist es nichts für euch. Vielleicht findet ihr es sogar kacke. Vielleicht findet ihr mich aus den unterschiedlichsten Gründen kacken. Das ist alles in Ordnung, aber ich werde damit nicht aufhören. Weil ich für jede einzelne Person, die sagt, du bist kacke, habe ich eine Vielzahl an Menschen, denen das etwas bedeutet und für die werde ich das weitermachen. Und falls ihr irgendein Fascho seid, der denkt, mich damit provozieren zu können, funktioniert leider nicht mehr. Da war die Therapie zu erfolgreich für. Der Zeitpunkt dieser Förderung trifft sich überraschend gut. Die CDU steckt seit Jahren in einem großen Richtungsstreit. Wie soll sich die Partei aufstellen? Mit welchen Positionen nach vorne preschen? Es heißt immer wieder, unter Angela Merkel habe sich die CDU nach links verschoben. Zum Beispiel durch den Atomausstieg, die Ehe für alle, die Aufnahme von vielen Geflüchteten nach 2015, die Abschaffung der Wehrpflicht. Ein Kurs hinter dem zum Beispiel, du bist der Fickbarster auf meinem Bildschirm. Bruder, das ist schon fast eine Beleidigung, oder? Ich meine, wir sind zwei Leute auf dem Bildschirm, ich und Armin Laschet. Beispiel Armin Laschet oder sein Nachfolger als NRW-Ministerpräsident Henrik Wüst stehen. Wüst könnte ein potenzieller CDU-Kanzlerkandidat 2025 werden. Er meint zum Beispiel, das Konservative wäre nie der Markenkern der CDU gewesen. Konservative CDUler dürften das anders sehen. Und einer davon ist Reichels Financier Frank Gotthardt. Also ich sehe ihn schon im rechten Flügel der CDU. Die Vermutung würde ich anstellen, dass er sich eine CDU wie vor 30 Jahren wünscht. Und das ist ja auch was, was an Julian Reichelt artikuliert hat, quasi die CDU dahin bringen, wo sie früher mal war. Die CDU nach rechts drängen. Einige Politiker der Union übernehmen teils die populistische Sprache der AfD. Dafür gibt es jedes Mal auch Kritik aus den eigenen Reihen. Dennoch gibt es diese Fälle immer wieder. Und der Parteivorsitzende Friedrich Merz ist vorne mit dabei. Wir erleben mittlerweile einen Sozialtourismus dieser Flüchtlinge nach Deutschland, zurück in die Ukraine, nach Deutschland, zurück in die Ukraine. Ihre Söhne, die kleinen Paschas. Beide Aussagen wurden in der Öffentlichkeit harsch... Was ein Wichser, ey. Entschuldigung, aber was ein Pimmel, ey. ...kritisiert. Letztere von der Ministerin für Migration und Integration sogar als rassistisch bezeichnet. Und in genau solchen Fällen springt Reichelt Merz zur Seite und nimmt ihnen Schutz. Wenn sie also aussprechen, was jeder Mensch im Land sehen kann, dann schüren sie rassistische Ressentiments. Es geht in diesem Land und vor allem bei den links-grünen Ideologen nur noch darum, welches Wort man benutzen darf. Oh, er hat Indianer gesagt. Das darf man nicht mehr sagen, das I-Wort. Reichelt versucht auch aktiv Einfluss zu nehmen in einem Richtungsstreit in der CDU. Und Leute aus der CDU versuchen, Reichelt zu instrumentalisieren, um in diesem Richtungsstreit Einfluss zu nehmen. Und dieses Gegenseitige, dieses Wechselspiel, das funktioniert. Politiker der Union sind viel häufiger... Ey, übrigens, ne? Übrigens. Ich möchte hier auch diese öffentliche Bühne nutzen, um Leonidas, und das ist, war ich jetzt bewusst, zu seinem neuen Job zu gratulieren. Also wir können mal alle applaudieren, der hat einen neuen Job gefunden, der ist tipptopp und der wird jetzt Leute in die... Der wird eine tolle Arbeit da machen. Let's fucking go, man. Gut, dass es dir wieder, dass es wieder auf dem Weg nach oben ist. ...Formaten als Politiker anderer Parteien. Hans-Georg Maaßen war da. Philipp Amthor, Carsten Linnemann, Wolfgang Bosbach. Und endlich hat die, endlich hat die Polizei ein Link. Seine Tochter Carolin Bosbach, Christoph Bloss, Julia Glöckner, Christina Schröder, Thorsten Frey, Herbert Reul, der Innenminister von NRW, oder Michael Kretschmer, Ministerpräsident von Sachsen. Das ist so viel CDU und CSU, eigentlich fehlt da nur noch er als Moderator. Servus und herzlich willkommen zu CSU. So absurd ist das gar nicht. Das ist Armin Petschner-Multari von der CSU. Er war schon etliche Male in Formaten von Reichelt zu Gast und wie die meisten Unionsgäste bei Reichelt, gehört auch er zum rechtskonservativen Lager. Er betreibt selbst die Kampagnenplattform TheRepublic und hat im August einen Artikel für das neue Portal News geschrieben. Wir kommen gleich dazu, was es mit News auf sich hat. Aktive Politiker der Grünen oder AfD waren noch nicht bei Reichelt. Gäste der SPD und FDP lassen sich jeweils an einer Hand abzählen. Da... Kannst du das mit der Polizei bitte zurücknehmen? Die Lulus glauben das sonst und wir haben wieder einen 50-Seiten-Teil. Ne, 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 das ist ja das Absurde, weil die denken ja auch, dass wenn man einfach Linke in die Polizei packen würde, dass dann eine Reformation von innen heraus möglich ist. Also das ist schon so eine Spirale, wo man sich dann um sich selber dreht und sich dann eingestehen muss, scheiße, das ist halt unhatbar. Es sei denn natürlich, man baut und sagt sowas wie, naja, aber rechts ist er ja sowieso, also hat die, also das kann auch sein, das ist auch möglich. Da wären zum Beispiel Ralf... Ist denn nicht? Und jetzt alle im Chor, die Polizei ist nicht reformierbar. Stegner, Wolfgang Kubicki oder Thomas Kemmerich. Ob sie weniger eingeladen werden oder nicht kommen wollen, hat uns Reichelt auf Nachfrage nicht beantwortet. Die meisten dieser Auftritte waren nicht bei Achtung Reichelt, sondern bei Ralf Schuler. Dieses Programm von Reichelt, dieser Krawalljournalismus steht neben einem Frage-und-Antwort-Programm beziehungsweise Format von Ralf Schuler. Und dieses Format von Ralf Schuler gibt sich wesentlich seriöser. Darum soll Schuler eine wichtige Rolle bei Roe-Medien haben. Neben Reichels Meinungskanal sitzen Politiker bei Schuler in einem möglichst seriösen Umfeld. Er ist der Ex-Parlamentsreporter der BILD und wenn selbst der Ministerpräsident von Sachsen dahin geht, muss es ja seriös sein. Es ist aber eigentlich genauso einseitig, was Ralf Schuler produziert, wie das, was Reichelt produziert. Ralf Schuler versucht, seine Interviewpartner in eine gewisse Ecke zu drängen, beziehungsweise von ihnen gewisse Aussagen zu bekommen. Reichelt und seine Sendungen sind jedoch nur ein kleiner Teil einer noch größeren Strategie. Er kopiert den ja, wirklich eins zu eins, ne? Er kopiert ja einfach fucking Tucker Carlson, das ist so fucking, ist einfach so witzig. ... ist Tucker Carlson. Er war bis zum Frühjahr Moderator bei Fox News und gilt als Held der politischen Rechten in den USA. Reichelt hat anscheinend diverse Stilmittel von ihm kopiert. It's a threat to democracy! Pull him off the air! Wie kann er sowas sagen? Er ist doch selber demokratisch gewählt. Sogar stellvertretender Ministerpräsident. Wir leben doch in einer Demokratie. Rechts, AfD, Populist. Weg mit ihm! Diese verschmitzte Lache am Ende kommt einem ebenfalls bekannt vor. Auch die Gäste ähneln sich. Und beide sind bei ihren ehemaligen Arbeitgebern rausgeflogen. Tucker Carlson kennt Viktor Orban ganz gut. Das ist Ungarns autoritärer Ministerpräsident. Er übrigens... Ne, komm, lass mir das. Er schafft die Demokratie in dem Land Stück für Stück ab. Er hat insbesondere unabhängige Medien dezimiert und große Nachrichtenportale auf Linie gebracht. 2022 hat Orban in einer Rede an US-Konservative erklärt, wie er Ungarn zur konservativen Bastion in Europa gemacht habe. Die Rede war auch immer wieder direkt an Tucker Carlson gerichtet. Orban empfiehlt... Legend Media! Wisst ihr, wer auch mit Orban zu tun hat? Ralf Schuler. Er hat 2021 bei Ungarns rechter Kaderschmiede einen Vortrag gehalten und sich dieses Jahr mit Orban getroffen. Nun, was Ungarn da macht und Schula macht mit, Reischelt macht mit und andere waren auch auf dieser Konferenz, zum Beispiel Roland Tichy von Tichys Einblick, ist letztlich das, was die neue Rechte Metapolitik nennt. Man versucht den Diskursraum nach rechts zu verschieben. Das machen die Ungarn mit dem Einsatz von sehr viel Geld. Metapolitik bedeutet, um politische Veränderungen... Und verboten, das darf man auch nicht vergessen. Also die Leute sagen immer, ja die Linken, die wollen immer alles verbieten. Ja stimmt, ich würde alles verbieten. Also egal, wenn ihr irgendwie aus der bürgerlichen Mitte kommt und ich würde eine Krone bekommen als König von Deutschland, dann würde ich alles verbieten, was euch Spaß macht. Alles. Absolut alles. Ich würde euch alles verbieten und ich würde es mit Überzeugung tun. Aber die Rechten, die verbieten ja genauso. Die Rechten, die sind ja genauso auf dem Verbotstrip unterwegs. Ne? Aber CS2 nächste Woche. CS2 würde ich nicht verbieten, ne? Ich kann Counter-Strike 2 noch nicht spielen, weil immer wenn ich auf der CD-Seite bin, schließe ich meine Mails. Um die Veränderungen zu erreichen, will man zuerst den Diskurs unter die eigene Kontrolle bringen. Es geht nicht um Kompromisse, sondern um Vorherrschaft. Das nennt man auch Kulturkampf. In den USA ist der längst entbrannt. Schwer polarisierende Medien. Harte Fronten über Themen hinweg. Kaum Diskussionsbereitschaft und drastische Schritte. Schwangerschaftsabbrüche werden eingeschränkt. Die Rechte von Transmenschen ebenfalls. Es gibt Bücherverbote an Schulen, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Das alles wird dann oft so geframed, als gäbe es eine große, unterdrückte Mitte der Bevölkerung, die von einer vagen, progressiven Elite gegeißelt würde, gegen die man sich doch endlich mal wehren müsse. Sie sollen leben, wie die Wolle. Dankeschön, Thora. Ich vergleiche Karl mittlerweile ein bisschen mit der militanten Veganerin. Viel ist richtig, was er sagt, nur das Wie ist eventuell das Problem, um mehr Menschen überzeugen zu können. Mach trotzdem. Ich ficke aber nicht Feroz Kahn. Das ist echt, das ist mir sehr, sehr wichtig. Du kannst mich jederzeit mit der militanten Veganerin vergleichen, aber ich würde Feroz Kahn auf eine andere Art und Weise ficken. Weil so, also ich würde ihn schon ficken, aber auf eine andere Art und Weise. Ich würde ihn anders ficken, als die militante Veganerin. ...wollen, während die leben, wie sie wollen. Die Regeln, die für uns gelten sollen, gelten nicht für die Apparatschicks der Partei. Nicht, es gibt verschiedene Bevölkerungsgruppen mit verschiedenen Interessen und wir treffen uns irgendwo in der Mitte, nach... Binne geiles Heisel, vielen herzlichen Dank. Muchas gracias für fünf. Ey, und dir Dankeschön für die 25-Tagen-Modi. Vielen, vielen Dank. Nein, wir sind die große homogene Mitte, die anderen sind extrem. In Deutschland haben sich Reichelt und augenscheinlich Investor Frank Gotthard Anfang Juli, ein Jahr nach dem Start von Achtung Reichelt, letztlich auch ihre Own-Media geschaffen. News. Eine ganz neue Plattform. Hier gibt es Newsartikel, längere Filme, kurze Berichte, Clips für TikTok, aber eben auch One-Man-Talkshows wie Achtung Reichelt. Die ehemalige Synchronsprecherin Giovanna Winterfeld hat mit Gio und Sensiert ein ähnliches Format wie Reichelt bekommen. Auch Stimmt und Schula Fragen, was ist, werden hier veröffentlicht. Fokus-Kolumnist Jan Fleischhauer soll eine wöchentliche Late-Night-Show moderieren. Allerdings gibt es hier augenscheinlich momentan noch etwas Drama. Es geht hier nicht um ihre politische Einstellung, sondern um die vegane Ernährung. Also es ist schon spaßig, dass du das Einzige bei der militanten Veganerin kritisierst, was ich jetzt nicht so wirklich kritisieren würde. Also. Ralf Schuler trägt nun die Bezeichnung News-Politik-Chef und der Sender den bescheidenen Slogan, die Stimme der Mehrheit. Mehr Metapolitik geht wohl nicht. News gibt sich teils den modernen Anstrich eines Fernsehsenders oder Streaming-Dienstes. Tatsächlich arbeite ich an etwas Neuem und versuche all die Leidenschaft und Emotionen in Reichweitenstarkes am Ende Fernsehen zu übersetzen. Zu Gotthard sagt uns Wienernd. Wir wissen ja, dass er vorher im regionalen Medienmarkt... Oh Gott, vielleicht weiß das Rocker-Dude gar nicht. Vielleicht weiß Rocker-Dude gar nicht, dass ich auch ein militanter Tierschwitzer bin. Oh, das wird ein hartes Erwachen für ihn. ... unterwegs war und da lässt sich sagen, dass er mit dem, was die Kollegen dort gemacht haben, ziemlich unzufrieden war, weil ihm das nicht spektakulär genug war. Also er hat da wohl mal in einer Konferenz gesagt, das ist alles zu langweilig. Ihr müsst mehr werden wie die Bild und jeden Tag eine neue Sau durchs Dorf treiben. Frank Gotthard hat auf unsere Bitte um Stellungnahme nicht reagiert. An Julian Reichelt hatten wir Fragen zur Finanzierung, wieso er unmögliche Aussagen nicht rausschneidet, was er eigentlich bei News für eine Rolle hat. Chefredakteur ist er ja nicht. Reichelt war schon immer laut und hat die Bild immer wieder zu neuen Tiefen geführt. Aber bei Menschen wie Eva Fladinger-Brook grinsend und nickend zuzuhören und ihre gefährlichen Aussagen dann für hunderttausende Menschen unkommentiert stehen zu lassen, das ist wirklich eine Hausnummer. Reichelt war mal Kriegsreporter. Vielleicht gefällt ihm die Idee eines Kulturkampfes, einer Schlacht, die er für sich entscheiden kann. Mit einem gesunden Verständnis einer demokratischen Gesellschaft hat das aber leider nichts zu tun. Das war Achtung Reichelt, der härteste Gegner von Scheinheiligkeit, Heuchelei und Propaganda in der Politik. Alles klar. Cheers. Alles klar, Uli. Was ein Loser, ey. .